Herzlich willkommen zu dem Lernvideo Arbeitsrecht, Einführung für neu gewählte Betriebsräte. In diesem Lernvideo besprechen wir folgende Themen. Wir fangen grundsätzlich an mit den Grundsätzen des Arbeitsrechts, allgemeiner Aufbau, Einführung in die Thematik. Danach besprechen wir dann die Anspruchsgrundlagen im Arbeitsrecht, also welche Rechte und Pflichten wo wie geregelt sind, die das Arbeitsleben und damit das Verhältnis Arbeitgeber zum Arbeitnehmer thematisieren. Danach gucken wir uns das Weisungsrecht des Arbeitgebers an und auch die Begrenzung zugleich, denn der Arbeitgeber ist nicht vollkommen frei in seinem Weisungsrecht. Denn sowohl den Arbeitgeber als auch den Arbeitnehmer treffen Pflichten und Verpflichtungen. Also besprechen wir zusätzlich noch in diesem Lernvideo sowohl die Arbeitgeberpflichten als auch dem abschließenden Kapitel dann die Arbeitnehmerpflichten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg bei diesem Lernvideo und jetzt geht's los. Dankeschön.